Es ist ein Thema, das alle in Deutschland angeht. Jeden betrifft, unbequem ist und gerne verdrängt wird. Der Umgang mit Rechts. Schreibung. Was ist denn hier los? Er hat mal einen Powerfals geschrieben. Du gehst in tausend Talkshows und trinkst mit tausend Frauen Kaffee, während ich hier rumsitze wie ein Hefeknödel. Und heute muss ich noch mal Britwitz. Nina Schmidt, hochschwanger, zieht los, um ihren Freund zu suchen, der vielleicht von Nazis entführt wurde. Aber das ist längst nicht alles. Ich soll ab jetzt wegkicken, wenn auch seine Schindelbürger auf offener Straße vom Nazis vermultet werden oder was? Keine Nazis. Wir müssen reden. Du kannst mal anrufen, wenn du Deutschland regierst und in Polen einmarschierst. Wie stellst du dir das vor? Heil Hitler! Heil Hitler! Mann ey! Über Gewalt. Kissenschlag! Über die Polizei. Stopp! Wir können hier! Über den Verfassungsschutz. Sollten wir nicht stets aufs Neue abwägen zwischen der Effektivität unserer Arbeit und der Wahrheit und der Wahrheit der Menschenwürde? Ach, ist doch Pappela. Über Jesus. Jesus fresse! Jemand, der Hunde liebt, der kann kein ganz böser Mensch sein. Korrekt. Au! Über Migranten. Es gibt so viele Libanesen. Die Russen, Albaner, Türken. Ein bekannter schwarzer Buch. Hörsen of Color, bitte. Deutschland muss mal aufhören, sich in die Hose zu machen. Über die Antifa. Die Aufkleber da? Ist das so eine Art To-Do-Liste? Atomkraft abschalten, Kastor schottern. Willst du dich über unseren antifrealistischen Kampf lustig machen oder was? Und natürlich über Nazis. Morgen früh wird Polen uns angreifen, dann müssen wir zurückschlagen. Dann schicken sie doch erstmal die Polizei vorbei. Die soll mal nachschauen. Mann, sind wir peinlich und kleinlich. Hey, Hitler! Ohlala! Seid ihr alle aufm rechten Auge, Blitz? Also solche Scherze, die sparen sie sich mal bitte.